Ja hallo und herzlich willkommen hier nochmal bei Primal Fears. Wir haben uns entschieden mal die Maps in Brutal durchzuspielen. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Seid ihr fertig? Dann starte ich jetzt mal. Aye Aye Captain. Ja, mal gespannt. It's easy. Wir machen das. Die ersten zwei Maps vielleicht, aber danach wird's... Meinst du, wenn Weltspieler das Geld sammeln will? Was? Wer sammelt hier Geld? Ich doch nicht. Was? Ach, wie kommst du darauf? Wie bitte? Ich will die Zeitung. Keatonwerfer. Ja, du kriegst die 21 doch eh nicht voll. Ah, sagst du. Hm. Ich find die anderen. Ach, ich wollte mir doch Munition gekauft haben. Ach, was weiß. Ja, da vorne kommt dann ja bestimmt bald ein Job. Warum kann man hier eigentlich nicht den Heli nehmen und einfach drüber fliegen? Hä? Läuft einfach weg. Nein, die Zeitung hatten wir schon. Ist mir egal, ich liess die trotzdem. Ach. Ach cool, schon wird ein Turm aufgestellt. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich hab aber ganz schön... Ja... Ach. Ach. Gut, dass ich so viel Schuss in meiner Waffe habe. Ja. Hast du die jetzt komplett schon frisiert? Ja, das Maschinengewehr ist überall auf Maximum, auch in dem unsinnigen Maximal-Ammo, wo ich da irgendwie 2500 Dollar für 50 Schuss zahlen musste. Ja, haben wir aber vielleicht auch noch gebrauchen, Jemann. Ja, einmal in der Arena ist es mir ja schon mal leer gegangen und ja, im Endeffekt ist das ist halt die absolute Standardwaffe und von dem her kann man es machen. Hier ist übrigens der Shop, falls ihr... Ja. Ich glaube fast, dass wir da drin nicht so schnell einen neuen finden. Dann werde ich mir jetzt erstmal hier... Moment, Moment, nicht so schnell. Ich weiß, dann kommt man hier in das Haus rein irgendwie. Ja, später. Nicht da reingehen. Boah, ihr seid doch hier zu schnell. Ich bin auch noch nicht mal bei... Ich bin auch noch nicht mal der Shop fertig. Genau das... Oh ja, genau, läuft die alle raus. Ach, hier. Genau deshalb wollte ich die Tower da platzieren und dann neue kaufen. Also wenn du nochmal zurück willst, die Tür ist offen. Okay. Wollte ich mir noch neue Tower. Ich bin auch am härtesten hier am Rumpalan hier. Ja. Immer mitten im Gefecht. Immer. Deshalb ist mein Magazin auch immer als erstes leer. Ja, du triffst ja nicht. Ich muss gleich mal den Aketenlager ausprobieren. Naja, ist ja wie eine Granate das Ding. Naja. Oh, ich habe ihn noch nur... Nur ein bisschen stärker. Oh Mann, was ist das denn? Das ist in letzter Zeit häufiger, dass einfach meine Waffe... Äh, weiter schießt. Oh. Oh, cool. Hopper, wo kommt jemand? So, Reiji. Autsch. Oh, Tici hätte schon wieder so viel Energie verloren. Ich doch nicht. Ja, die Raketenwerfer gefällt mir jetzt aber noch nicht so. Es ist wie die Granaten und du musst den halt irgendwann rausnehmen. Ja. Ja, für die dicken Monster ist das nicht schlecht für die... äh... Ja, aber er ist dann ja im Grunde schlechter als Granaten. Weil die Granaten kannst du immer so schön rausfahren. Ja, ja. Mit rechter Maus ist da. Ja, ja. Mit rechter Maus ist da. Da ist doch hier wieder... Oh. Ich tue dann nicht. Legt da noch irgendwo was rum? Ne. Haben wir rechts schon geguckt? Nein, rechts waren wir noch nicht. Aber links auch nicht. Was ist denn hier im Braunblut? Ja, unten rein, ne. Was ist denn hier im Braunblut? Ja, unten rein, ne. Ach Gott, da läuft ja noch einer rum. Oh, cool. Oh. Oh, cool. Hab ich Geld gespart. Hopp. Oh, aber hä? Ach, da drüben geht's weit. Hoppla. Falsch gelaufen. Ach, hier ist die Tür. Oh, warte doch mal nicht mal vorrennen. Vielleicht ist die Jill tot. Ach Gott. Aaaaah. Ohohohohoho. Ja? Mussten wir überhaupt weiter? Ja, in die Tür rein. Irgendwo hier unten, oder? Davon ist sie doch. Ah, da links. Oh, Mann. Ich hoffe auch noch nicht weiter ist doch. Oh, Mann. Ich hoffe auch noch nicht weiter ist doch. Was? Oh? Ich hoffe auch noch hinten. Ja, wo? Ich hoffe auch noch nicht. Ohhhhhhhhhhhhhhhh. Wo ist denn Momo? Ich durfte dich gerade, aber ich habe dich gesehen. Da oben ist er lang. Was? Haben wir hier schon alles erledigt? Ist hier schon noch irgendwas drin? Wir müssen noch irgendwie was... oder müssen wir nichts finden? Hier ist nichts da? Eine Zeitung... Eine Zeitung unten rechts, gell? Da bist du gerade... ah, da bist Hier geht es dann weiter zum Shop... War hier links noch was? Oh ja! Ich glaube, wir müssen einfach noch mal durch... Naja, aber hier oben sind zumindest ein Monster... Ah, ein paar noch... Ah, hier ist nichts mehr... Nö, das war's... Dann ab zum Shop... Oder ist hier doch noch was? Was machst du da? Ich will halt noch Granaten über... Ach so, und die verballerst einfach mal... Ja, wenn ich neu kaufe, muss ich ja sowieso alles bedienen sind... So, jetzt muss ich mal dran denken, meine Türme auch reinzusetzen... Nein... Die sind nur zu Deko-Zwecken geeignet... Ah ja, okay... Dann halt nicht... und so... Setze ich euch nicht ein... Du darfst nur Messer nehmen... Oh... Döner Messer... Ach, die hab ich auch noch... Die brauche ich... So... Jetzt auf Move warten... Es war noch ein Schadens-Upgrade und ein Radius-Upgrade... Dann hab ich den Raketenwerfer auf Max... Okay... So, ein T-Cham müsste da wieder sein... Ja... Und schon geht's geballer los... Hm? Hier ein Taxi... Hey Taxi! Hey! Taxi! 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 Hello! Hello! Ach, schade... Da vorne kommt glaube ich diese Kreuzung... Ja... Aber erst rechts ist nochmal ein Stopp... Ja... Falls ihn einer brauchen... Alter... Schieß doch... Ich will die Türme da entstehen... Ha! Ja... Ist halt immer so, ne... Wenn ich weiß, dass hier ist der Schock... Mhm... Dann werfe ich die da überall hin... Ja, ich hab gerade auch meine hingestellt... Also... Da... Sind sie gesetzt und vielleicht brauchen wir sie noch... Ja... Oder auch wieder euch die neu kaufen... Z. Z. Z... 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 Hey, dann kann man gute Musik machen... ich nehme jetzt den polizeiwagen und hau ab ja k k k k k ja genau und müssen das mal holen Hier sind bestimmt noch ein paar Morgens Hier wäre es auch schön einfach zu händeln im Gegensatz zu einer Raketenöte Ah Die hattest du doch eigentlich schon sicher Ich konnte nicht mehr rennen Ja du bist auch rotwärts gelaufen Ich weiß Ich hab mir gedacht ich lass es dir Ich hab mir schon vier andere geholt die ihr gar nicht gesehen habt also Ja ist richtig Ach TJ mach doch auf Nicht im Kreis drehen Döner Messer Na Was Ich find das eigentlich unverantwortlich dass wir hier im Regen rumlaufen müssen Oh mein Gott Oh da ist ein Dicker Oh Der hat mich gar nicht gekillt Ich find schade dass man die Türme nicht mehr mitkann Pfff Was war das denn? Ach der kriegt mir einfach Warum kriege ich denn Schaden von dem Von dem Ja der war ja schon sehr nah dran an dir Vielleicht besser Ne von Explosionen kriegt man immer Schaden egal Aber nicht freundlich frei Aber nicht freundlich frei Doch auch Ja echt Ich bin ja noch nicht äh Es war nur wenig aber Okay Naja aber der Käfer war ja auch nah nebendran auf dieser Ach tisch ein bisschen leer ging muss ich sagen ja ist draußen kalt, habe ich ja gedacht hier, Medipack muss ich das nehmen? ach, wäre gleich erstmal sterben ja, richtig ach, TJ mit der Kreissäge mit dem Auto hm wo konnte ich das noch nicht sitzen ach, ich habe die Belegung jetzt falsch ich kann jetzt die Optionen Sekundärwaffe ach, ich weiß, ob es geht was ist das denn Tom gesetzt? ja, ich wollte gucken, ob das jetzt geht na, ich wollte gerade sagen, wo ist der Weitscheinig? ja, der musste doch schon wieder da sein ja, genau erst mal einkaufen halt, Granaten braucht neue so, jetzt habe ich den Erfolg wir müssen ja noch so eine Quick-Rebuy-Funktion geben dass man alle Munition äh, die man kaufen kann, gekauft ja, das wäre nicht schlecht, das stimmt ok, verbessern, ob die Waffe nicht kommt was war das denn? ob die Türmophons waren zu fließen ach, TJ hat den Raketenwerfer auf das Konfekt hier ok ok wir sind Medi fast hätte ich es genommen auch ja, könnt´s ihn mir immer lassen, aber auch jedes Mal Immer ich, immer ich. Hier drüben hast du noch nicht immer noch nichts? Nee, wird wohl niemals. Immer noch nichts. Schade. Man kann ja machen. Oh, shit. Oh, lacht nach. Ah, wir sind durch. Schon. Reich gesichert. Yay. Wir haben sogar einen Zeitbonus, 10%. Oh, geil. Ja, wir brauchen auch noch eine Geldpakete, 11% Zeitbonus. Wir brauchen auch noch eine Geldpakete, 7. Wir brauchen ja auch noch so viele Gesamtpunkte, ne? Also die brauchen wir ja auch noch nicht. Ja, doch, ich schon. Ach ja, du. Okay, ja, dann stopp jetzt hier auch wieder. Vielen Dank für den Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und liken. Und macht's gut. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.